Ich stehe seit gefühlten 100 Jahren, glaube ich, erstmals wieder im Planschbecken und es geht natürlich um den Spenden-Marathon. Meine Damen und Herren, Sie sollten ganz sicherlich mitmachen gegen diese tödliche und türkische Krankheit ALS. Bitte spenden, jeder Cent zählt da. Du hast heute Morgen schon mitgemacht, hast dich einfrieren lassen. Es war schrecklich, aber meine Tochter hat mich nominiert. Ja, ja, ich weiß, ich habe das alles gesehen und ich bin so ein warmen Duscher. Okay, dann jetzt, okay, nicht langschnacken machen. So, dann also jetzt die Eisbacke-Challenge bei Daniela Fuss. Ich versuche mit dir wirklich einigermaßen nett und ich tue dir wirklich gar nichts, Dani. Was? Oh, Scheiße. Ich was hier. Ich war's. Ich war's. Oh, Scheiße. Nein, das ist eine Berkeley. Ich wäre das something-l accelerate.